Mit den Unterschieden zwischen Universal Analytics, also Analytics 3, das bald abläuft, und Analytics 4 kann man sich tagelang beschäftigen. Ich habe das jedenfalls getan und hier ist meine Zusammenfassung. Ich habe mal ganz viele verschiedene Eigenschaften der beiden Plattformen gegenübergestellt und am Ende dieses Videos hier mache ich dann noch so ein kleines Fazit, und zwar warum ich Ereignisse komplett für Analytics 4 von Grund auf neu einrichten würde. Ja, es gibt zwar hier so Hilfeartikel, wenn ich hier oben übrigens immer DE eingebe, zack, zack, in der URL, dann wird er deutsch, aber diese Hilfeartikel, die sind schwierig zu verstehen und daraus zu interpretieren, was jetzt wirklich da der Riesenunterschied ist, das kann ich verstehen, dass wenn man nicht jeden Tag mit Analytics zu tun hat, das ist eine kleine Qual. Und deswegen dachte ich mir, stelle ich dir dieses Video hier zur Verfügung, ist eigentlich ein Video aus unseren Kursen und hat übelst viel Arbeit gekostet, ich hoffe, deswegen kriege ich ein Like von dir, aber was sage ich, das war jetzt Eigenlob und das stinkt, deswegen sollte es auch direkt mit diesem Video losgehen. Trotzdem freue ich mich auf jeden Fall über ein Like für dieses Video hier. Wenn du bei irgendeiner Sache, weil Analytics 4 ist ja neu, komplett anderer Meinung bist als ich oder ich irgendwas übersehe, dann kommentiere bitte hier unter dieses Video. Profis zum Beispiel unter euch, ihr seid herzlich dazu aufgerufen, mit mir euch hier auszutauschen und mir zu schreiben und zu sagen, hey, wir haben andere Erfahrungen gemacht. Außerdem freue ich mich, wenn eben alle Agenturen oder Freelancerinnen für ihre Kunden direkt Analytics 4 präsentieren können und sagen können, hey, das ist der Unterschied zu 3 und ihr nicht wochenlang euch damit rumschlagen müsst. Eine kurze Sache noch, wir haben eine Checklist, wenn du Google Analytics einrichtest, da haben wir eine Checklist für das Grundsetup, für empfohlene Schritte und für E-Commerce. Und zu jedem dieser Schritte haben wir kurze Videos für dich zusammengestellt, wo du wirklich nochmal ganz, ganz kurz siehst, sogar Enhanced E-Commerce in nur zweieinhalb Minuten, aber du siehst dann immer, was mit der Einstellung gemeint ist, kannst du dich hier durch diese kleinen Videos durchklicken. Das bekommst du, indem du auf Website-Piloten.de gehst, slash durch Starter. Du kannst dich dort kostenlos anmelden. Ja, das ist ein Tausch gegen Newsletter, wie auch immer man das nennen soll, aber ich verspreche dir, du kannst dich dort sofort wieder austragen und ja, dann gehen wir dir auch nicht auf den Senkel. Und du kannst dir unser Paket hier einfach holen, dich hier anmelden und dann bekommst du sozusagen das freigeschaltet in einer Google Analytics 4 Sektion und kannst dir all diese kleinen Mini-Videos angucken mit diesen Einrichtungsschritten, die wir dir empfehlen. So, und jetzt geht's los mit dem fetten Vergleich. Es gibt viele kleine Unterschiede zwischen Universal Analytics, also Analytics 3 und Analytics 4. Ich möchte in diesem Video auf die Hauptunterschiede eingehen, die die meisten von euch interessieren. Es gibt natürlich auch noch Unterschiede, was die Begrenzungen angeht, der Daten, die ich erheben kann. Hier werde ich auf jeden Fall Ressourcen verlinken, aber das ist für die meisten von euch nicht so relevant. Ich möchte in diesem Video über die Features und den Vergleich sprechen und ich denke, das interessiert mega viele von euch, um einen geilen Überblick zu haben. Und jetzt geht's los. Ja, kommen wir mal zu der ersten Sache, die echt unterschiedlich ist und auch einer der USP von Analytics 4, würde ich mal behaupten. Und zwar spreche ich hier über Cross-Domain-Tracking. Das bedeutet, dass ich in einem Property mehrere Websites oder Apps oder sogar das durch Misch tracken kann. Im Analytics 4 ist das möglich und das ist auch echt richtig, richtig gut und einfach. Und was man sogar auch machen kann, ist, dass man einen Datenstream erstellen kann. Man kann mit Datenstreams jetzt arbeiten und diese Datenstreams kann man unterschiedlich konfigurieren und in einen Datenstream können schon alleine mehrere Websites reingehen. Datenstreams ersetzt für mich so ein bisschen im Kopf den View, den es ja früher gab. Da gehe ich aber später kurz drauf ein, den gibt es jetzt nicht mehr. Aber wir denken jetzt in Datenstreams. Auf jeden Fall, und da kannst du dir die Videos hier in diesem Kurs angucken, es ist super easy geworden, mehrere Domains zu tracken, wie zum Beispiel hilfe.websitepiloten.de. Das gibt es jetzt gerade nicht, auch wenn es manche vielleicht brauchen. Spaß. Aber hilfe.websitepiloten.de und websiteepiloten.de. Und das Geile ist, wir können jetzt zum Beispiel auch so etwas wie unsere Kurs-Website hier, also sozusagen dieses ganze Konstrukt, das du hier gerade siehst, wo unsere Videos sind. Und das ist eine andere Domain als zum Beispiel unsere Verkaufsseite. Das ist ja nur websiteepiloten.de und eine Subdomain. Und eine Hauptdomain sind eben unterschiedliche Domains. Und das war im Universal Analytics, also Analytics 3, fast unmöglich und mit sehr viel Aufwand verbunden. Und das dauert jetzt fünf Minuten einzurichten. Und ja, los kann es dann gehen. Das ist auch schon ein Basiskapitel und eine ganz einfache Sache. Ja, als nächstes müssen wir unterscheiden zwischen der Tracking-ID im Universal Analytics und im Analytics 4. Und zwar ist es ja so, dass wir sozusagen im Universal Analytics eine Ansicht hatten, also den View, von dem ich eben geredet hatte. Und jede Ansicht hatte eine Identifikationsnummer. So eine UA-Nummer hat man die genannt. Und daran konnte man den ganz gut identifizieren. Jetzt ist es so, dass eine Property, und die gab es ja früher auch schon, aber jetzt hat man nur noch Properties und keine Ansichten mehr. Und jede Property hat eine Nummer, mit der kann man eigentlich nicht mehr so viel machen. Man kann die Property zwar schon ganz gut daran identifizieren, aber es ist inzwischen so, dadurch, dass man aus dem Tag Manager in einen Datenstream reinpusht und nicht in das Property, weil ein Property mehrere Datenstreams haben kann, dass eigentlich diese Datenstream-ID, die mit einem G anfängt, die ist viel, viel, viel interessanter. Und deswegen zeige ich dir später noch einen Trick, dass ich eigentlich, wenn ich nur einen Datenstream habe, diese ID heutzutage immer in den Property-Namen unter den Property-Einstellungen reinkopiere, damit ich letztendlich immer sehe, mit welchem Datenstream ich es zu tun habe. Dieser Trick geht natürlich nicht, wenn ich mehrere Datenstreams in einem Property habe, aber das ist bei den meisten eben nicht der Fall. Aber diese beiden Nummern, die sind wichtig. Die alte UA-Nummer, daran sieht man sofort, es ist ein Universal Analytics-Konto. Und wenn man eben sieht, es geht in einen Datenstream mit einer G-Nummer, dann weiß man sofort, es ist Analytics 4. Also das ist hier ein riesengroßer Unterschied. So, dann gab es im Universal Analytics verschiedene Treffertypen. Damit hatten die wenigsten von euch vielleicht was zu tun. Also das ist immer so ein bisschen abstrakt, sage ich mal. Das kann ich total verstehen, wenn man jetzt sagt, ach so, das hatten wir im Universal Analytics. Ja doch, es gab schon verschiedene Treffertypen. Das hat man aber immer nur bei der Einrichtung so richtig gemerkt. Es gab nicht nur Ereignisse, die gibt es nämlich jetzt auch noch. Jetzt im Analytics 4 ist alles ein Ereignis, aber gehen wir mal darauf ein, wie es vorher war. Vorher gab es noch Transaktionen, Seitenaufrufe, war ein eigener Treffertyp letztendlich. Und dann gab es Timer und irgendwie solche Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht, weil Analytics oder das Analytics-Team, die haben sich gedacht, eigentlich sind das alles Events. Und diese Events müssen eigentlich nur unterschiedlich heißen. Und da bin ich ultra dankbar für, dass das jetzt so ist im Analytics 4. Also wir haben jetzt nur noch Events. Und ich sage, was ist das für ein Event? Ist es ein Seitenaufrufevent? Oder ist das ein Formular, das ausgefüllt wurde? Oder ist das eben eine Transaktion, also ein Kauf? Dann ist das eben ein Kauf-Event, ganz einfach. Und das finde ich richtig geil. Also das haben wir abgefrühstückt. Du musst dich nicht darum kümmern, was jetzt hier links steht. Das muss man nicht verstehen. Man muss nur noch verstehen, Analytics 4 hat nur noch Events. Und ganz wichtig, da bin ich selber manchmal ein bisschen durcheinander mit, Events und Ereignisse ist das Gleiche. Manchmal steht aber in der deutschen Oberfläche das Wort Events oder Ereignisse. Also hier muss man so ein bisschen Denglish können. Ereignisse meint genau das Gleiche wie Events. Und dann muss man nur unterscheiden, dass es eben Events gibt, die zum Beispiel in die Datenschicht feuern, zum Beispiel im Tag Manager. Und es gibt eben Events, die bei Analytics reintrudeln. Also da muss man dann manchmal auch noch unterscheiden. Ist es jetzt ein Event, das zu Analytics 4 geht oder ist das ein Event, das nur im Tag Manager gerade da ist und dafür da ist, dass sozusagen irgendwas feuert? Also da redet man sehr oft über Events. Aber eigentlich ist das alles fast das Gleiche. So, die Ereignis-Struktur ist komplett unterschiedlich. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Event habe und hier siehst du schon, ich rede jetzt wieder von Ereignis, aber das ist das Gleiche wie Events. Also du siehst hier die Label in diesem Vergleich, da steht jetzt wieder Ereignis, ist aber ein Event, ja. Und dieser Aufbau eben von diesen Events, der war früher im Universal Analytics so, dass man immer, wenn man Ereignis gesendet hat, musste man eine Kategorie, eine Aktion und ein Label angeben. Und da hat sich auch wieder das Analytics-Team gedacht, ey, das ist A, ganz schön starr. Das heißt, man kann es gar nicht individualisieren. Also ich wette, die haben sich das gedacht. Und B, alle tragen da eh irgendwie bei allen drei Sachen das Gleiche ein, Kategorie, Aktion, Label. Und die tragen da alle das Gleiche ein und niemand weiß, was er damit anfangen soll. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen Kategorie und Label? Und das war so starr, da stieg bis heute, glaube ich, niemand so richtig durch. Und ich habe auch immer gesagt, tu einfach in alles das Gleiche rein. Du brauchst eigentlich ja nur einen. Und im Prinzip waren das schon sowas wie Parameter. Aber das ist jetzt das Geile beim Analytics 4. Da haben wir nur noch Parameter. Wir haben sozusagen das Ereignis, das hat einen Namen. Das sende ich bei Analytics 4 rein. Und dann habe ich ganz viele Parameter. Und das finde ich voll übersichtlich. Und dann sehen wir dann auch später noch, dass wir beim Ereignisumfang, dass wir heutzutage keine Produktumfang-Daten mehr haben, sozusagen. Also wir haben nicht mehr einen Umfang nur für Produkte. Und das finde ich eigentlich relativ schlau, auch wenn das manche vermissen an Analytics 4. Also wir sehen das gleich, kommt gleich auf dieser Folie. Ich finde, das brauchen wir gar nicht, weil wir haben doch ein Ereignis und das ist gekauft. Und da habe ich einfach Parameter. Und die bestimmen dann eben, wie das Produkt aussieht. Und das finde ich eigentlich ziemlich einleuchtend. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Event-Namen, wie die festgelegt werden müssen. Im Analytics 3, also Universal Analytics, hat es keine feste Konvention. Du konntest Events irgendwie nennen. Jetzt gibt es schon eine Konvention. Das bedeutet, du kannst zwar deinen Namen irgendwie anders vergeben, aber ich empfehle dir hier im gesamten Kurs, du merkst manchmal, dass ich anfange, irgendwas einzugeben und dann korrigiere ich mich selber und sage, halt, stopp, malte, zack, haue ich mir selber auf den Finger. Du musst Snake Case nehmen oder ich sollte selber Snake Case nehmen. Was bedeutet das? Das ist immer das, wenn man ein Event erstellt, dann nennt man das sozusagen kleingeschrieben. Und immer, wenn man mehrere Wörter hat, dann macht man die mit einem Unterstrich auseinander. Wenn du allerdings ein Event einfach nur benennst, später zum Beispiel im Tag Manager oder im Analytics eine Dimension benennen, da kannst du einfach bei dem sichtbaren Namen oft nehmen, was du willst. Einfach aktive Nutzer gibt es da zum Beispiel. Da hast du ein großes A, Leerzeichen, großes N. Das ist egal. Aber bei diesem Namen von diesem Event, das du reinpushst mit einem Tag Manager zum Beispiel, da sollten wir im Snake Case arbeiten. Kommen wir zum Umfang und Scope. Hier wird es jetzt nämlich richtig technisch und interessant. Ich versuche es trotzdem schnell zu halten, damit du einfach was mitnehmen kannst hier und nicht aussteigst. Im Analytics 3 gab es Treffer, Sitzungs-, Nutzungs- und Produktebenen, auf der du sozusagen Parameter verteilen konntest. Und das war schon ein bisschen logisch, aber macht mit dieser Neuerung, dass es nur noch Events gibt, eigentlich nicht mehr so richtig Sinn. Weil worum geht es denn im Analytics? Es geht um Nutzer und Nutzer lösen Events aus. Was eigentlich auf einer rein unternehmerischen Analyseebene gar nicht so viel Sinn ergibt, sind zum Beispiel sowas wie Sitzungen, also Sessions auf Englisch. Die brauche ich ja eigentlich gar keiner, weil eigentlich will ich ja nur wissen, ob ein Nutzer da war, wie oft der da war und Punkt, Ende, Schluss, Mickey Mouse. Also wie lange war der vielleicht noch da, will ich wissen. Aber unternehmerisch ist das ziemlich schlau. Ich habe einen Nutzer, der führt Ereignisse aus, also Events, easy peasy. Und genauso ist es im Analytics 4. Wir haben nur noch Events und Nutzer. Und manche wollen, dass die Produkte wieder als Umfang da sind oder eben weitere Umfänge wieder da sind. Aber ich muss sagen, Vereinfachung ist doch einfach Gold wert, oder? Es ist doch einfach viel besser zu verstehen, wenn ich dir sage, es gibt Ereignisse und die werden Nutzern zugeordnet letztendlich, beziehungsweise der Umfang ist noch ein bisschen anders zu bewerten. Ich kann eben Dimensionen erstellen und Messwerte, die ich den Events nur zuordne oder eben dem einzelnen Nutzer, weil es eine Nutzereigenschaft ist. Und das finde ich voll geil. Das finde ich echt richtig geil, weil man sagt ja auch, der Nutzer hat ein bestimmtes Produkt gekauft und nicht Produkte und Nutzer sind auf einer Ebene irgendwie. Das suggeriert nämlich Analytics 3, dass Nutzer und Produkte auf einer Ebene sind. Makes no sense. So, jetzt kommen wir zur nächsten Folie hier. Auch hier habe ich noch ein paar Unterschiede mitgebracht, und zwar die optimierte Analyse. Die ist echt richtig geil. Und zwar haben wir im Universal Analytics nichts Vergleichbares. Da musste man noch extra so Timer-Events einrichten oder irgendwie solche Sachen, damit man am Ende zum Beispiel die Besuchszeit relativ korrigiert hatte, weil Analytics 3 eben nur dann die Besuchszeit aktualisiert hat, wenn Ereignisse eingetrudelt sind. Und es gab eigentlich standardmäßig nur Seitenaufrufe, es sei denn, man hat eben eigene Timer entwickelt. Und die haben wir jetzt in der optimierten Analyse, aber wir haben eben nicht nur automatisierte Events, die sind streng genommen nicht Teil der optimierten Analyse, aber wir haben im Analytics 4 jetzt nicht nur automatisierte Events, die wir überhaupt nicht ausstellen können, sondern wir haben optionale Events wie die Suche, Formular, Scrolls, Link-Klicks, Video und Downloads. Das sind so Event-Typen, da gibt es dann immer noch einzelne Events für. Da gibt es eine Hilfeseite, die zeige ich ganz oft im Google Analytics 4-Kurs. Und wir gehen auch alle diese einzelnen optimierten Analyse-Events, die gehen wir alle durch. Und wie gesagt, es gibt auch noch die automatisierten Events, die ich gar nicht ausstellen kann. Also die feuern dann automatisch. Da habe ich jetzt hier keinen Punkt für eingeführt, aber auch die gab es im Universal Analytics nicht. Und die sind herzlich willkommen, denn die helfen uns richtig. Gerade User Engagement. Kommen wir zu einem weiteren, sich wirklich krass unterscheidenden Faktor, und das ist die Sitzungsdauer. Die war im Universal Analytics noch ziemlich komplex. Zum Beispiel, dass die sich bei Mitternacht zurückgesetzt hat. Das ist eigentlich wie von Amateuren programmiert. Ich meine, was hat mit Mitternacht damit zu tun, dass eine Session abläuft? Außerdem gab es sowas wie UTM-Parameter haben sich geändert. Dann hat sich der Verweis geändert, auf den jemand auf eine Session, mit der jemand neu auf die Seite kam, Anzeigenklicks oder eben das Zeitlimit. Die haben maßgeblich beeinflusst, ob zum Beispiel eine neue Session aufgemacht wurde und dadurch eine neue Sitzung entsteht. Also Session ist das gleiche wie Sitzung, nur englischer Begriff eben. So, und jetzt haben wir es so, dass eine Session oder eine Sitzung eben so lange dauern kann, wie maximal möglich ist. Also das war jetzt kompliziert ausgedrückt für unendlich. Aber es gibt eben auch hier wieder ein Limit, wenn jemand inaktiv ist, also die Seite nicht gerade offen hat im Browser und eben zum Beispiel in einem anderen Tab ist, dann läuft diese Sitzung automatisch ab. Und zwar kann man im Analytics 4 diese Zeitüberschreitung auf maximal 7 Stunden und 55 Minuten setzen. Das bedeutet, da müsste dann wirklich jemand fast 8 Stunden nicht mehr aktiv auf der Seite sein, dann läuft diese Session ab. Da gibt es natürlich auch Videos zu von mir, wo ich das noch näher erläutere. Auf jeden Fall ist es natürlich jetzt viel übersichtlicher, aber dadurch gibt es deutlich weniger Sessions, weil vorher gab es natürlich mehr Aspekte, wann so eine Session neu startet. Das heißt, es gibt weniger Sessions, aber ich finde, das Ganze wird akkurater. Jetzt kommen wir zur explorativen Datenanalyse. Das ist so ein Begriff, den haben die wenigsten von euch wahrscheinlich bisher gehört. Das sind Berichte, wo man wirklich den Nutzer im Fokus hat und auf einzelne Sitzungen oder einzelne Customer Journeys richtig ranzoomen kann, sage ich mal. Im Prinzip sieht es aber eigentlich, das ist so ein bisschen leidig, es sieht eigentlich genauso aus wie Berichte und manchmal fragt man sich, warum gibt es eigentlich das eine und das andere. Aber der Unterschied ist einfach, dass ich bei Berichten aggregierte Daten habe und bei der explorativen Datenanalyse, da kann ich eben ganz genau herausfinden, welcher Nutzer war das, welches Produkt hat der gekauft. Das bedeutet, ich kann wirklich an den Benutzer ranzoomen. Da kann ich auch Funnel-Analysen machen und so weiter. Das ist echt richtig, richtig geil. Das war vorher nur im Google Analytics 360, also in der bezahlten Universal Analytics Variante möglich. Mit der Einführung von Google Analytics 4 ist es allerdings so, dass ich diese explorative Datenanalyse auch dort machen kann und dafür muss ich nichts bezahlen. Dann haben wir die Echtzeitberichte. Hier noch eine kleine Notiz. Die waren 5 Minuten bei Universal Analytics, jetzt sind die 30 Minuten. Und das ist auch richtig, richtig gut, weil dadurch kann ich natürlich noch besser analysieren, was gerade auf der Website abgeht, weil es sind einfach mehr Daten. Und was aber wichtig ist, dass das jetzt natürlich mehr Sitzungen sind. Das heißt, die Echtzeitberichte, wie viele jetzt gerade auf der Seite sind, wenn ich dann die letzten 30 Minuten gucke, sind das natürlich mehr als die letzten 5 Minuten. Das heißt, diese Daten von den Echtzeitberichten, in Universal Analytics lassen sich gar nicht mehr vergleichen mit Google Analytics 4. Also wenn die letzten 30 Minuten, das ist natürlich mehr als im Universal Analytics neue Nutzer, die letzten 5 Minuten. Ist ja logisch, ne? Jetzt kommen wir zu den Sitzungen. Sitzungen sind richtig interessant. Dieser Punkt hier, genau aufpassen, erst bitte weiter gucken oder dieses Video hier ausschalten, wenn du das hier verstanden hast. Es gibt zwei Arten von Sitzungen im Analytics 4. Und zwar die mit Interaktion und die ohne Interaktion. Es gibt dafür einen Parameter, der wird mit übermittelt und der setzt eine Sitzung am Ende auf mit Interaktion oder ohne Interaktion. Der heißt SEG, klein und zusammengeschrieben. Und den zeige ich auch in manchen Videos. Und wenn dieser Parameter auf 1 ist, dann bedeutet das, dass die Session oder die Sitzung eine Sitzung mit Interaktion ist. Wenn dieser Parameter auf 0 ist, das ist so in den ersten 10 Sekunden zum Beispiel, wenn ich dann die Seite schon schließe unter 10 Sekunden, diese Zeit kann ich allerdings auch auf 60 Sekunden erhöhen und ich schließe eben die Seite in den ersten 10 Sekunden, dann ist das eine Session ohne Interaktion. Es sei denn, ich führe irgendein Ereignis auf der Seite aus, wie zum Beispiel, ich klicke schon irgendwie ein Video und gehe zu diesem Video und das ist eben eine Interaktion. Ich klicke mich sozusagen von der Seite direkt auf eine andere Seite, wie zum Beispiel YouTube und gucke mir das Video von dem Anbieter an. Dann ist eben dieser Klick auf diesen wichtigen Link zum Beispiel, das könnte dann ein Ereignis sein, und dieses Ereignis setzt diesen SEG-Wert auf 1 und dadurch ist es eine Session mit Interaktion und das schon in den ersten 10 Sekunden. Dazu habe ich echt viele Tests gemacht, weil das ist natürlich brisant, denn dadurch kann ich so ein bisschen schauen, wie viele Sessions gab es oder Sitzungen und zum Beispiel Spam, der nur ein paar Sekunden auf der Seite ist, der wird da komplett schon mal weggefiltert. Und das ist natürlich geil und das gab es im Universal Analytics gar nicht. Da musste man selber mit irgendwie Interaktion und Absprung und irgendwie hin und her jonglieren und niemand kannte so richtig den Unterschied zwischen Ausstiegsrate und Absprungrate und absolutes Hari-Kari und da hat sich auf jeden Fall Analytics 4 ein bisschen mehr beigedacht. Jetzt kommen wir aber auch zu den Nutzern, weil hier ist auch eine Neuigkeit da. Dadurch, dass ich sozusagen diese aktiven Sessions habe, beziehungsweise diese Sessions mit Engagement, im Analytics 4 gibt es deswegen neue Nutzer. Das sind eben alle Nutzer, die neu sind und das müssten auch die sein, die keine aktive Session hatten beziehungsweise keine Session mit Interaktion. Dann habe ich die Nutzer, Achtung, das sind die Aktiven, also die waren einfach nur wahrscheinlich zu faul, das aktive Nutzer zu nennen und dann haben wir Nutzer insgesamt. Und alles, was ich bisher analysiert habe, da unterscheidet sich das immer höchstens um ein, zwei oder drei Nutzer, dieses Nutzer, die nicht aktiv waren. Also ich bin super gespannt, was sich da in der Zukunft draus ergibt, weil, boah, zwei Messwerte, so ähnliche Daten, mehr Verwirrung. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so gut war, aber ich bin gespannt. Vielleicht ist es, was Spam angeht und so weiter, jetzt ein bisschen robuster geworden, aber ihr seht auf jeden Fall, die Daten hier sind sehr, sehr ähnlich. Es kann auch daran liegen, dass ich jetzt zum Beispiel hier gerade Organic Stretch sehe. Hier sieht man zum Beispiel Direct, das unterscheidet sich schon dann direkt. Hier habe ich Nutzer insgesamt auf der Seite 1121, und das sind halt zwei mehr als die Nutzer. Also du siehst, das lohnt sich jetzt nicht unbedingt so da Profi zu werden, was jetzt aktive Nutzer sind oder Nutzer insgesamt. Genau. Aber es ist echt interessant, weil im GA4 gibt es wirklich noch sehr viel weitere Metriken, was die Nutzer angeht. Das ist ziemlich cool, wenn ich mal hier einfach Nutzer eingebe. Dann habe ich hier auch noch andere Metriken, wie aktive Nutzer, die mindestens einmal in 30 Tagen was gezahlt haben. So, aber du hast gesehen, das bewegt nicht die Welt. Dann haben wir noch die IP-Anonymisierung. Hier ist es so, dass wir da unbedingt über den Parameter Anonymize IP gleich True bei Universal Analytics nachhelfen mussten, dass das ein bisschen datenschutzkonformer ist. Ein bisschen. So, jetzt ist diese IP-Anonymisierung standardmäßig aktiv. Das beruhigt vielleicht viele von euch, denn manchmal haben das einige vergessen und man hat das auch im Quellcode gesehen von Seiten, dass das nicht aktiv war. Das bedeutet, wenn ihr es vergesst, nicht so schlimm, beziehungsweise ihr müsst es gar nicht eintragen, dieses Anonymize IP. Das nur für alle, die das im Analytics 3 oft eben eintragen mussten und viele Einrichtungen vornehmen. So, jetzt kommen wir zu den Ansichten, beziehungsweise den Views. Die wurden für das kostenlose Analytics abgeschafft. Ja, die gab es im Universal Analytics. Die waren sehr hilfreich, wenn man verschiedene Sprachen zum Beispiel hatte, verschiedene Ansichten auf seine Daten eben haben wollte. Die gibt es jetzt nicht mehr. Nur noch für Analytics 360 gibt es Sub-Properties, sozusagen Unter-Properties. Das ist natürlich hilfreich, aber ersetzt auch dort sicherlich nicht die Ansichten, die wir hatten im Universal Analytics. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen komisch, warum sie das abgeschafft haben. Da muss noch irgendwie was in Zukunft kommen, was das so ein bisschen wenigstens ersetzt. Es müssen auch noch bessere Filter kommen. Auf jeden Fall gibt es die nicht mehr. Deswegen ist alles ein bisschen einfacher geworden, muss ich sagen, aber vielleicht nicht mehr so komplex. Und für alle, die es komplex mögen, die muss ich jetzt leider enttäuschen. Aber für alle, die ganz einfach sich so ein Account erstellen und ein Property, da muss man sich eigentlich nur an den Namen Property jetzt gewöhnen. Okay, jetzt kommen wir zum Thema BigQuery. BigQuery, wer das noch nie gehört hat, das ist eine Abfragesprache letztendlich. Wir können jetzt sozusagen über diese Schnittstelle, können wir die Daten exportieren und dann können wir über eine SQL-ähnliche Syntax-Bitquery eben an diese Daten rankommen und sogar die Rohdaten letztendlich auswerten mit unserer eigenen Abfragesprache. Das war früher nur in Analytics 360, also der bezahlten Version verfügbar. Jetzt gibt es das für alle Accounts. Da bin ich in Zukunft sehr gespannt, was kommen wird. Da braucht man natürlich aber viel Muße. Ich finde, hier wird es auf jeden Fall in Zukunft im Bereich Datenaufbewahrung sehr, sehr interessant, weil wenn ich alle Rohdaten rausbekomme, kann ich die ja theoretisch auch länger behalten. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was kommt. Datenaufbereitung, da sind wir bei so einem Thema. Das ist der nächste Punkt hier. Im Analytics 3, also im Universal Analytics, konnten die Daten so lange, wie man will, behalten werden. Jetzt ist es so, dass der Standard für zwei Monate gilt. Allerdings kann man es optional auf 14 Monate setzen. Jetzt ist es nicht so, dass du nur 14 Monate nach hinten gucken kannst, sondern nur die Berichte sind für länger als 14 Monate verfügbar. Denn dort sind die Daten eben nicht mehr mit so einer Lupe, habe ich vorhin schon gesagt, betrachtbar, sondern nur noch aggregiert. Das heißt, ich habe diese Berichtsdaten für länger als 14 Monate und wenn ich sage, Datenaufbewahrung ist nur 14 Monate möglich, dann meine ich damit die explorative Datenanalyse. Ich weiß, hier muss man sich echt noch an diese beiden Berichtstypen gewöhnen, um zu verstehen, was ist eigentlich dieser Riesenunterschied zwischen explorativer Datenanalyse und Berichten. So, dann kommen wir zu den Prognose-Messwerten beziehungsweise der smarten Algorithmen Artificial Intelligence, die Google Analytics 4 so versprochen hat und Google in ihren Pitches immer so richtig nach oben drückt und sagt, das ist jetzt mega krass, die Prognose-Messwerte und Artificial Intelligence. Die Daten sind jetzt un... Ja, und hier habe ich es aufgeschrieben. Undenkbar. Genau, also Prognose-Messwerte. Es wurde so krass groß angekündigt, aber ich muss sagen, man merkt davon noch nicht so viel. Also, das ist undenkbar für mich, dass ich irgendwie mit Prognose-Messwerten im Analytics, und Analytics kriegt es nicht mehr hin, automatisiert irgendwie Zahlungsanbieter rauszufiltern, obwohl das bei Millionen von Accounts ein Problemchen ist. Da ist es für mich diese Prognose und auch diese automatisierten Vorschläge auf die Google Analytics 4 so pocht, das ist für mich eher so eine Nebenbaustelle. Da sind die Sachen wie zum Beispiel Cross-Domain-Tracking, was ich ja ganz am Anfang als Punkt hatte, schon viel, viel brisanter. Eine wichtige Sache noch zur Einrichtung. Ich habe es am Anfang schon kurz gesagt. Wir haben hier unsere Einrichtungs-Checklist. Die kannst du kostenlos bekommen, indem du dich einfach anmeldest auf Website-Piloten.de. Hier haben wir dieses Durchstarter-Paket. Du gibst einfach Start hinter Website-Piloten.de ein. Den Link tue ich nochmal hier drunter. Dann gehst du hier auf Durchstarten und du kommst dann eben in unsere Kurssektion rein, wo wir diese und noch weitere Checklists und auch noch Videos verlinken werden zum Thema Google Analytics 4. So, und jetzt noch der wichtigste Unterschied für mich, muss ich sagen, persönlich. Und das ist, last but not least, der Debug-View. Und zwar ist der Debug-View komplett neu. Vorher musste man Ereignisse debuggen oder eben überprüfen im Echtzeitbericht. Und dann musste man Stunden warten, bis sie dann in Berichten eben drin war, um zu schauen, ob alles passt und das Tracking richtig funktioniert. Jetzt haben wir die Debug-Ansicht. Da habe ich ein 20-Minuten-Video hier im Kurs oder so in dem Dreh. Und es macht mir richtig Spaß, mit Analytics zu arbeiten, seitdem es diesen Debug-View gibt. Der hat alles vereinfacht. Und ich denke, das ist doch Motivation genug, wenn ich das sage, dass man sich jetzt mit Analytics 4 ein bisschen mehr anfreunden sollte. Und es gar nicht so schlimm ist, wenn GA3 einfach vom Erdboden verschluckt wird. So, das waren die Riesenunterschiede. Was jetzt die Migration angeht, von Universal Analytics zu Analytics 4, ist es so, dadurch, dass sich die Events komplett unterscheiden, wir haben es ja schon auf der ersten Folie gesehen, die Events unterscheiden sich maßgeblich. Also früher gab es in der Eventstruktur letztendlich nur Kategorien, Aktion und Label und jetzt arbeitet man mit eigenen Parametern. Außerdem gibt es eben andere Treffertypen, nicht mehr Transaktionen und eben sowas wie Timer und so, sondern alles sind Events. Dadurch, dass das so unterschiedlich ist, empfehle ich allen wirklich von Herzen und das empfiehlt Google auch und ganz viele Profis da draußen sagen, migriere nicht, sondern richte Analytics 4 von Null ein. Also nimm dir den Tag Manager und versuch alles so einzurichten, dass es Analytics 4 konform ist beziehungsweise 100% dafür angepasst ist. Das ist immer so die Sache, wenn jetzt Leute mit ihrem G-Tag kommen und sagen, wir haben doch hier schon alle Ereignisse, wird doch schon ins Universal Analytics gesendet, können wir das jetzt nicht in Analytics 4 senden. Mein Tipp, die beiden Systeme unterscheiden sich so heftig vom Kern, dass ich das nicht tun würde. So, das waren die wichtigsten Unterschiede, die jeder kennen muss. Vielleicht mache ich später noch mal ein Video zum Thema, was die Datenlimitierungen angeht, denn es gibt andere Limitierungsgrenzen, wie zum Beispiel, wie viele Dimensionen kann man erstellen und so weiter, aber ich glaube, es interessiert die meisten von euch nicht so brennt. Das heißt, da mache ich lieber noch ein anderes Video zu. Ja, ich freue mich, wenn du da dabei bist. Ansonsten gib dem Video hier ein Like, kommentiere hier drunter, was du von dem Video gehalten hast, was wünschst du dir noch für Videos von mir, all solche Dinge, da freue ich mich drauf, kommentiere hier auf jeden Fall, los, trau dich, einfach ein Danke hier drunter, irgendwie sowas. Ich freue mich da wirklich über jedes Kommentar, die, die kommentieren, wissen das. Bis dann, dein Maite Helmholt. Bis dann,